Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Pains Server Reaver 1. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, nachdem ich euch die halbe Lebensgeschichte erzählt habe, wie ich zu dieser Reihe kam, wir mich hier erledigt haben und einige Lebenssteine eingesammelt haben. Und nun, wenn Venera sich die Tür aufbricht, geht es nun weiter, in der Story sogar. Man mag es nicht glauben. Und hier übrigens, ihr habt es gesehen, die Vampire tauchen wieder auf. Ich habe sie nämlich in der ersten Folge, in der zweiten Folge, habe ich sie getötet. Es bringt also nichts, die Vampire zu töten, weil sie kommen sowieso immer wieder. Es sei denn, man braucht Seelen. Dann sind sie nicht. So, uns fehlt nur noch ein Emblem. Ihr haut doch ekelig wieder ab. Okay. Oder auch nicht, aber ich darf euch einsaugen. Das ist sehr gut. Ähm. Das ist in die falsche Richtung. So. Hier doch. Hier doch. So. Und jetzt. Seht ihr, wie nutzlos das ist? Da kommt er her. Ich glaube, ich glaube, das ist immer. Jetzt habe ich, äh, keine Glyphen-F2. Und hier gibt es kein... Dingens. Hey. Manu. Oh. Oh. Ich habe es sonst immer. So. Einer ist zumindest weg. Ja. Du auch. Muss mal kurz was gucken. Okay. Muss ich kurz an meiner Soundkarte wieder lauter machen. Äh. Die sehen noch. Jetzt ist einer. Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Äh. Muss was wegen Monk lernen. Weil mein Freund und ich quasi... Also. Gut. Wir machen keine richtige Halloween-Party. Weil wegen Corona geht es ja nicht. Aber. Wir wollen halt die Zweit feiern. Und. Da mussten wir nochmal ein bisschen was abquatschen gerade. Beziehungsweise muss ich ihm kurz noch schreiben. Äh. Wie dämlich war das gerade von mir. Ach. Man sollte es vielleicht immer nur eins machen. Reden oder... Zugucken, was man da tut. So. Das, was jetzt kommt, ist relativ... Na gut. Ätzend nicht. Das kann anstrengend werden. Kommt sie mit halbwegs mit der Störung jetzt klar. Oh Gott. Ich muss gerade auch aufpassen, dass ich nicht ein Halbherzinfarkt kriege. Denn tatsächlich kommen wir jetzt zu einer meiner absoluten Lieblings-Selden in diesem... In dieser... In diesem Spiel so. Ich wollte Serie sagen, aber... In dieser gesamten Spielserie gibt es noch Besseres. Ich bin B.S. Kostimuten. Und... Viel Spaß. Ich bin deine Schöpfung, Kain. Du kritisierst dein eigenes Werk. Was hast du meinem Clan angetan, Entarteter? Du hast kein Recht. Was ich erschaffen habe, kann ich auch vernichten, mein Kind. Verflucht seist du. Du bist kein Gott. Wie kannst du ganze Völker gewissenlos morden? Gewissen? Du wagst es, dieses Wort zu führen? Nur wenn du die volle Bedeutung der Wahl verspürt hast, solltest du es wagen, mein Urteil in Frage zu stellen. Deine Lebensspanne ist nur ein Bimpernschlag, verglichen mit all dem Zweifel und Bedauern, das ich mit mir trage, seit mir Mortanius einst das Licht verweigerte. Zu wissen, dass das Schicksal der Welt von der Klugheit all meiner Handlungen abhängt, wagst du zu ermessen, wie schwer ich an meiner Wahl trage. Meine Wahl wäre eine andere, Kain. Schau dich um, Raziel. Schau, was aus unserem Reich geworden ist. Dies ist das Ende eines Zeithalters. Die Clans sind in alle Winde in Oscars verstreut. Dieser Ort hat keine Nutzen mehr. Genau wie du. Der Soul Reaver, Kain's Klinge aus grauer Vorzeit. Älter als jeder von uns und tausendmal tödlicher. Die Legende besagt, dass die Klinge verteufelt war und wuchs, da sie die Seelen ihrer Opfer verschlangen. So tapfer wir uns auch gaben, wir wussten, was es hieß, wenn Kain in seiner Wut den Soul Reaver zog. Es bedeutete das unmittelbare Todesurteil. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ins Menü gehen, bevor hier ein Unglück passiert. So, ich habe noch mal kurz was zu trinken eingegossen. Ähm, ja, dieser Kampf wird relativ ätzend. Denn wir müssen Kain halt treffen, bevor er uns trifft. So, ich habe dich doch getroffen. Irgendwie sogar zweimal. Ja, okay. Das habe ich jedes Mal wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon... Bei diesem Kampf stelle ich mich immer blöde an. Ey! Puh, das war knapp. Ich glaube, nur bei der allerersten Aufnahme hat es relativ gut geklappt. So. Mist. So, Kain wird jetzt wahrscheinlich wieder an der gleichen Stelle stehen. Also nicht an dieser, sondern an der, wo er eben stand. Ja. Mist. Ich versuche mich immer halbwegs zu beeilen. Oh, aber das ist so unter Druck gar nicht mal so einfach. Aber eigentlich mache ich mir den Druck immer noch selber. Mist. Hätte ich nicht so herumgefuchtet. Das und der Endkampf sind so die einzigen Sachen, wofür ich echt lange brauche. Es sei denn, ich habe echt Glück. Was hierbei gerade leider nicht der Fall ist. Scheiße. Warum bin ich denn... Ja. Mein eigener Fehler. Jetzt werde ich Wiener nicht schaffen. Weil ich nicht in die richtige Richtung geguckt habe. Ich weiß nicht, wo das Viech ist. Da. Ey. Kommt da einfach wieder aus meinem Mund raus. Hey. Mann, oh! Gottchen! Wenn du langsam wirst, wird's albern. Ich würde sehr gerne auf die Störung schieben, aber... Mann, oh! Ich bin gerade irgendwie einfach zu... nervös. Ich weiß gar nicht, warum ich nervös bin. Puh, einfach mal... durchatmen. Das bräuchte ich jetzt. Mann, oh! Ich weiß, ob er vor uns liegt. Weil es mir gerade das erste Mal aufgefallen ist. Ich bin die ganze Zeit auf der falschen Taste. Ich drücke die ganze Zeit, statt auf S drücke ich auf D. Dann kann's doch nicht funktionieren. Weil mit D, äh, mit D lau... Ne. Mit D sauge ich. Und mit S kann ich halt, äh... genauer angreifen. Das war zu spät. Oder zu früh und zu spät. Kält, aber es ist ja schon fast durchgehend gedrückt. Durchgehend gedrückt, aber... Ich versuche... meinen Finger von D zu lösen. So. In drei Stunden haben wir's. Ich hab dich doch getroffen, oder nicht? Ich... Ich würde ja sagen, ich... mache Klapp, bis ich's geschafft habe. Aber da das hier nicht möglich ist... muss ich das leider durchziehen. Ich kann hier leider... Diesmal hab ich ihn aber getroffen. Es hat trotzdem noch... Oder... Es gelte trotzdem noch, meine ich. Wir werden's jetzt sehen, wenn wir ihn jetzt nochmal treffen sollten. Ja. Der Soul Reaver ist bezwungen. So geht es dann weiter. Und wir sind der Vollendung unseres Schicksals einen Schritt näher gekommen. Ich schwöre, ich sah ein zufriedenes Funkeln in Kains Auge, als der Soul Reaver vernichtet wurde. Ich verstand nicht, welches Spiel Kain spielte. Aber ich wusste, was zu tun war. Vor diesem Moment und in aller Ewigkeit bist du mit dieser Klinge untrennbar verbunden. Soul Reaver, der Seelenräuber und Raziel. Eure Schicksale sind miteinander verwoben. Als du das Schwert zerstörtest, befreitest du es aus seinem Körper in die Gefängnis und gabst ihm seine wahre Gestalt zurück. Eine Geisterklinge. Ihre Energie ist ungeboten. Es ist keine materielle Klinge mehr und kann sich daher nur auf der materiellen Ebene manifestieren, wenn du ganz bei Kräften bist. Einmal manifestiert, wird es dich bei Kräften halten. Was bist du, kleine Seele? Eines von Kains Geschöpfen gekommen, um diese gefesselte Erscheinung zu quälen? Ich hatte nicht vor, deine Ruhe zu stören. Ruhe? Für den Schlaf braucht man einen Körper. Fleisch und Blut braucht man, um zu ruhen. Nein, Kind. Alles, was ich kann, ist beobachten und mich erinnern. Stets ganz bewusst. Während sich die Geschichte dieser elenden Welt vor meinen Augen entfaltet. Grässliche Vergangenheit. Unerträgliche Zukunft. Sind sie ein und dasselbe? Bin ich denn immer hier? Was ist geschehen, dass du bei diesen Säulen spukst? Kain verweigerte das Opfer. Die Säule des Gleichgewichts bis ins Innerste verfault, bildet ein Mahnmal für seinen blinden Ehrgeiz. Jetzt dienen diese Säulen nur dazu, mich hier gefesselt zu halten, in meinem Gefängnis. Dank der Gier deines Gebieters, Kain. Dieser Teufel hat keinen Anspruch auf meine Loyalität. Dann haben wir einen gemeinsamen Feind, Rasiel. Kehre zurück, wenn du meine Hilfe benötigst. Ariel erinnert sich an das, was andere längst vergessen haben. Ja, nach diesem ewigen Hin und Her meiner Blödheit haben wir es dann auch mal geschafft. Ähm, es gibt ja so die eine oder andere Sache, auf die ich gern kurz zurückgreifen würde. Und zwar... Zum einen... Wir gehen erstmal auf den grünen Ereignissen los. Wir haben eben gerade Ariel getroffen. Wir gehen uns jetzt auf. Sofern in den östlichen Bergen steht in stummer Ergebung ein geknebelter Titan. Unwilliger Wirt für eine Horde Parasiten. Ja, das ist quasi unser nächster Auftrag. Und hier können wir unser Leben auffüllen, sofern wir es bräuchten. Und das Symbol kennen wir ja noch. Da können wir unsere Glyftenergie aufwerten. Und... Ja, wir haben jetzt den Soul Reaver. Der Soul Reaver... Keynes materielle Klinge ist an uns zerbrochen. Und... Ja, wir sind nun... Wirklich ein Soul Reaver. Ein Seelenräuber. Ähm... Das Ganze wird auf jeden Fall noch weitreichende Folgen haben. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob... Pain... Wusste, was passiert. Ich gehe davon aus. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Ich könnte mir das jetzt auch anlesen, aber... Ich möchte halt so ein Teil der Fantasie bewahren. Ähm... Ich könnte mir vorstellen, dass er es bei... Oder wusste... Es geahnt hat. Sagen wir es mal so. Ähm... Aufgrund bestimmter Dinge, die wir noch herausfinden werden. Vielleicht. Es kann auch sein, dass ich es jetzt beim... 250. Mal spielen, dass ich vielleicht anders... Oder auf andere Dinge noch achte. Ähm... Ich habe es halt in den letzten Jahren ja einfach nur noch durchgestudiert und nicht mehr so auf die Story geachtet. Auf jeden Fall... Wie gesagt, wird es weitreichende Folgen haben. Vor allem für... Rasi hier. Ähm... Ja, wir können mit dieser Klinge... In der Spektralebene haben wir sie jetzt immer. Das heißt, wir werden die nicht mehr los. In der materiellen Ebene haben wir sie nur so lange, wie unser Leben voll ist. Solange wir volle Energie haben, bleibt der Soul River bei uns. Und verlieren wir... Solange der Soul River bei uns ist, verlieren wir auch keine Energie. Allerdings reicht auch schon ein Schlag aus, dass wir den Soul River verlieren. Aber nicht gerade hilfreich. Und... Ja... Das ist bis hierhin erstmal, was ich sagen wollte. Und den Rest erzähle ich, wenn wir auf dem Weg zum nächsten Teleporter sind. Weil der Fall sein wird. Aber auf jeden Fall haben wir Arya getroffen. Und... Sie spukt anscheinend immer noch an den Säulen. Und sie und der älteste Gott, der ältere Gott, der älter Gott, sind beide daran interessiert, dass Kain stirbt. Rasi natürlich gerade auch. Weil es ist ja verständlich nach dem, was er uns angetan hat. Ähm... Das... Das blöde ist halt nur, dass ich natürlich nachvollziehen kann, wieso, weshalb, warum das alles so passiert ist. Ähm... Hier brauchen wir noch nicht zurück in die... andere Ebene. Sieht hier irgendwie so orientalisch aus, finde ich. Kann mir nicht helfen. Hier durch. Die Festung deines Bruders Sephon liegt weit im Osten, jenseits der Ruinen, die du bei deiner Ankunft aus der Unterwelt erblicktest. Er und sein Bruder haben sich in einer verlassenen Kathedrale eingenistet, nachdem sie deren menschliche Wächter erschlagen hatten. Ja, damit wissen wir auch, wie unser nächster Bruder heißt. So. Wir werden kurz hierher. Dann können wir in die andere Welt reisen. Jetzt kommen wir nämlich nicht da durch, wo wir hinwollen. Und wie beim ersten Mal aufnehmen, denke ich mir, es war ein Blödsinn, eine Teller zu holen. Können wir hier eh wieder lang müssen. Aber naja. Manchmal ist man nicht die hellste Birne im Leuchter. So. Ähm... Was mich so ein bisschen stutzig macht, oder auch gemacht hat, war immer, oder war der Satz, als Cain meinte, dass Mortanius ihm quasi das Licht verweigert hat. Was ja irgendwo nicht ganz stimmt. Denn... Spoiler. Für alle, die Blood Open nicht kennen, oder bei mir gesehen haben... Äh, also bitte weghören. Ich könnte auch so lange stehen bleiben, aber bis zu dem Punkt, wo ich erzähle, passiert nicht viel. Ähm... Denn Cain hat sich... Ja, quasi... Oder er hat ja nicht Nein gesagt. Also er wurde... War auch nicht wirklich gefragt, aber... Er hätte sich auch, glaube ich, dagegen entscheiden können, ein Vampir zu werden. Und er sind ja auf Rache. Weswegen... Dass ja alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das heißt, Mortanius hatte den Punkt, finde ich, persönlich... Weniger Schuld. Also klar, mit Schuld. Dass er... Ein bisschen den Verführer da gespielt hat. Aber an sich... Hat er ihm ja auch nicht wirklich das Licht verweigert. Bei Cain... Hat er nichts dagegen unternommen. Er... Ja... Entweder sterben oder leben. Das war dann... Sein Schluss der Wiese. Aber er hätte... Na gut, wahrscheinlich wäre er so oder so gestorben. Aber er hätte nicht zum Vampir... Wären... Ja... Er hätte kein Vampir bleiben müssen. Sagen wir es mal so. Von daher... Ja, finde ich die Unterhaltung so ein bisschen seltsam. Zumindest die eine Stelle. Die restliche finde ich einfach nur cool. So... Und das hier müsste jetzt Sehfans Zeichen sein. Ich kann die beiden Zeichen nie auseinander halten. Ähm... Ich würde aber sagen, ich beende hier erstmal den Part. Erstmal komme ich da rauf. Weiche einmal. Was ich schon länger nicht mehr getan habe. Und... Wir sehen uns hier einfach beim nächsten Mal wieder. Tschau!